Hey Leute, Raubelch hier. Ich bin heute mal unterwegs im norwegisch-schwedischen Grenzgebiet, dem Cotulia-Nationalpark. Ich werde hier ein ganzes Stück laufen, was feines Essen, ein bisschen am See chillen. Wenn es euch interessiert, bleibt einfach dabei. Untertitelung des ZDF, 2020 So Leute, ich bin jetzt hier über der Baumgrenze angekommen. Jetzt werde ich hier noch ein bisschen ein Päuschen machen und dann werde ich wieder runter zum See laufen und dann mein Lager für die Nacht ausschlagen. So Leute, ich bin jetzt hier über der Baumgrenze angekommen. So Leute, ich bin jetzt hier. So Leute, ich bin dann hier. So Leute, ich bin jetzt hier angekommen. Untertitelung. BR 2018 Leute, die Stroganov mit Reis. Also, jetzt habe ich ein bisschen ein Käffchen getrunken, habe ich ihn gegessen. Das Wetter sieht richtig geil aus. Und jetzt mache ich mich demnächst dann mal wieder auf den Weg. Also, bis dann. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020